Luft zum Atmen Was sind das für komplizierte Zeiten, in denen wir einfachste Dinge wie das Atmen lernen müssen? Warum legen wir so viel Wert auf Nahrung und so wenig auf die Atmung und noch weniger auf unsere Gedanken? Bildungslücken sind oft Luftlöcher, durch die unsere Bescheidenheit atmen kann. Das Atmen ist die erste und letzte Handlung im Leben. Lebendig sein ist das konzentrierte Atmen unterschiedlicher Ordnungen. Lachen ist Ebbe und Flut unseres Zwerchfelds. Es ist eine Form forcierter Atmung aus Lustgefühl, die Sehnsucht nach Gleichgewicht. Atmen durch die Nase ist vor allem deshalb so gesund, weil man dabei den Mund hält. Ein Spaziergang in der Natur hilft der Seele atmen. Die Liebe braucht zum Atmen den Sauerstoff der Freiheit. Würden die Menschen die Boshaftigkeit aus ihren Herzen verbannen, könnte die Liebe endlich wieder frei atmen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, so sagt man. Und das größte Geschenk lässt uns atmen. Worte vermögen nur selten das ausdrücken, welche Botschaft wirklich hinter ihnen steht. Wie geht das denn? Gut, das geht's gut. Am clown seit,osis resor bloß.